recht herzlich willkommen zur dritten folge von planet nomads wir sind auf dem weg zum wasser und dann gehen wir mal los wir sind in die ostrichtung unterwegs und hoffen dass wir irgendwo wasser da finden werden was vielleicht nicht so weit weg ist gut lauter bäume schwarzer wald schwarzwald dunkler wald da kommt der wolf und dann ist er noch rotkippchen was das das sieht interessant aus aber ich glaube ich jetzt nicht vom weg ab gehen wir weiter richtung osten osten ist da lieber auf dem weg bleiben mal links und rechts gucken ist nix wieder osten nix zu sehen ist immer noch dunkel nix zu sehen gehen wir richtung osten weg können wir hier wasser finden sieht cool aus eigentlich ne gras bäume und sterne und kein wasser und kein wasser nichts zu sehen wir gehen richtung osten immer noch nichts zu sehen wie weit wird es noch sein nichts weiter das ist ein stein abbauen wir machen okay brauchen wir nicht aber loch gebuddelt weiter geht's das ist aber eine ressource oder das ist schön aber kein wasser doch doch da ist irgendwie was los oder nicht ist das vordere licht und schon mal was das dass das kopflicht und das nennen möchte wir bleiben besser auf dem weg denke ich nach westen oder osten weiter geht's müssen wasser finden hängen geblieben räume verschiedene arten von neuen und da rechts ist eine ressource oder und das hier ist wasser cool haben was kann ich tragen voll die wurde einmal okay dann müssen wir ausschmeißen aluminium kräuter elektronische teile die schmeißen wir aus weil die können wir überall und immer und dann das wasser mit jetzt haben wir es und wir nehmen natürlich noch mehr mit noch mal mehr wasser brauchen wir aber nicht mit doppel e sondern mit e h ja und dann ist es wenn wir tauschen wieder voll schade gut da ist auch noch wasser überall ist jetzt hier wasser das ist ein stein gehen wir dann mal hin und bauen wir ab heisen und carbon okay und riesengroß gehen wir dann wieder zurück nehmen wir nehmen noch mehr erst mit dann geht ihr noch was rein glaube carbon und keine batterie mehr jetzt aufladen hälfte war mal spieler leer dann müssen wir warten und nochmal jetzt kam ja nichts raus oder jetzt ist er weg drüber auch leer toll so groß und kriegst nichts so gehen wir zurück nach hier hin und dann nach westen das ist der weg nach hause da müssen wir unseren generator und weiß weiß ich die überlebens kapsel und sowas finden das gestaltet sich wahrscheinlich auch nicht so einfach war schon einige strecke die beigelaufen sind der flashlight ist an steht da rechts ich sehe es dass es an ist immer noch auf dem west weg warum ist das alles hier so richtig ich glaube da links ist noch eine ressource die wir aufsummen könnten aber das inventar war ja voll ich glaube das lassen wir dann besser gehen wir weiter was ist hier los noch gemacht komisch komisch das ist schon hier irgendwo die morgen der morgen ist da das ist auch wieder weg kann auch sein wie beim ersten save game da wo dann der dingens weg war das ist auch schon der bieten so ein paar meter müssen wir laufen was hier war spiel gespeichert hatten schwierig ne das licht kann man jetzt aus maus hell genug die sonne geht wieder auf hier geht es wieder richtung westen also zurück hm ja wir laufen immer noch weiter wo ist das hm die überlebenskopsel wo ist die gehen wir weiter ist hier die stelle wo wir gespeichert haben kann das sein könnte auch sein ich glaube sogar eher kann ich sehen bis jetzt ja könnte hier in der ecke gewesen sein hier lichtet sich das ein bisschen glaub wir sind hier richtig glaube an dem ding sind wir auch hängen geblieben auf dem hinweg ja wo muss es sein das ist da vorne das ist da vorne das ist da vorne ja ja okay aber wo ist jetzt unser lager ja ja okay ich glaube der mag uns nicht flieg 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 ja ich glaube wir sind hier schon richtig dann ich frage ich frage wo das jetzt genau ist aber hier rum ist das guck mal hier den hügel gleich runter wenn wir da weiter sind flieg fliegen wir mal hoch vielleicht sehen wir es dann da ist einer wo ist er jetzt dann gehen wir ein bisschen rumbauen sieht nicht so aus wie du blendet das mal schnell weg also da ist er hinterm baum gehen wir mal weiter jetzt wird es ah da ist es gut haben wir wieder gefunden gehen wir mal hin und dann machen wir das wasser das trinkwasser zwei oder drei portionen müssen wir eigentlich hinkriegen ja die kompakt fettmaschine machen wir das wasser gut dann gucken wir mal rein hier sieht man dirty water und craft läuft 15 sekunden braucht das dann machen wir noch eins aber warte mal können wir zwei ne ja jetzt waren wir dreckiges wasser um einmal sowas zu kriegen ok zweimal können wir es machen dann brauchen wir die früchte ok ja das einzigste jetzt erstmal machen wir nochmal oder zweimal geht ja nicht dann auf geht's und die das müsste jetzt dann weg sein gleich ne das brauchen wir zweimal einmal schade dann müssen wir das weg tun und dann nehmen wir das und dann müssen wir gucken dass wir das jetzt trinken ein bisschen sauberes wasser kann später für ja wenn wir krankheiten gebrucht werden und so deuterium gemacht gut trinkt man das so doch gerne funktioniert ja ich glaube schon die hand ist es aber noch ein das nicht weg hier sowas wasser und dann sehen wir hier ok da kann man das nehmen und rüber schieben daneben ne funktioniert nicht hm ich möchte das erste hunger das zweite und dritte ist trinken ich glaube mit der hand das geht jetzt ist 55 geworden ok das funktioniert wohl nur so gut was haben wir müssen wir neues holen also das dreckige und irgendwas müssen wir hier lassen damit es auch klappt das können wir essen oder ja 20 mal gekriegt dann das auch nicht schlecht ok wir haben wasser gefunden da müssen wir wieder richtung osten gehen um neues zu holen und dann kommen wir wieder und jetzt machen wir erstmal eine pause ich würde sagen dankeschön fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn er in der nächsten folge wieder mit drei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.